Starke Leistungen von Topspielerinnen Elena Inalbon und Seon Mendes in einem harten Kampf in der 1. Bundesliga. Am Sonntag treffen die Damen des TC 1899 Blau-Weiß Berlin und des TK Blau-Weiß Aachen aufeinander. Mit dabei sind Topspielerinnen, die vor ein paar Tagen noch bei den French Open auf dem Platz standen. Ja, die French Open, das war mega cool für mich, unglaubliche Erfahrung und ja, wie gesagt, ich spiele schon seit zwei Jahren für diesen Klub, bin aber nicht hier zu Hause, also ich komme einfach für verschiedene Bundesligaspiele und es ist mega cool, diesen Klub zu vertreten. Elena Inalbon will sich auf der Weltrangliste nach oben kämpfen und ist derzeit auf Platz 137. An diesem Wochenende tritt sie für den TC 1899 Blau-Weiß gegen die Belgierin Marina Zanevska an und liefert sich ein spannendes Match. Die Gegnerin startet stark, auch sie kommt gerade aus Frankreich und ist in Höchstform. Den ersten Satz muss Inalbon an Zanevska abgeben, doch die Schweizerin bleibt hartnäckig, setzt ihre Gegnerin unter Druck und übernimmt im zweiten Satz die Führung. Es kommt zum Match-Tie-Break, doch Inalbon lässt der Belgierin keine Chance und kann das Match für sich entscheiden. Ja, der erste Satz war ziemlich schwierig, ich hatte Mühe ein bisschen ins Spiel zu kommen. Meine Gegnerin war ziemlich solid, ich habe viel zu viele Eigenfehler gemacht, habe mich dann zurückgekämpft und im zweiten und dritten Satz ein gutes Level gezeigt. Der Nervenkitzel geht weiter, als Sion Mendes und Marina Melnikova aufeinandertreffen. Mendes legt zu Beginn des ersten Satzes vor, doch die Russin ist eine starke Gegnerin und bleibt dran. Die beiden schenken sich keine Punkte und es kommt zum Unentschieden und damit zum Tie-Break. Auch dieser bleibt hart umkämpft, doch am Ende kann Mendes den ersten Satz für sich entscheiden. Der zweite Satz geht genauso spannend weiter, mal liegt Mendes vorn, mal Melnikova. Doch die Spielerin des TC 1899 Blau-Weiß hat einen Heimvorteil. Ihre Fans feuern sie an und so kann Mendes auch im zweiten Satz dominieren. Ich liebe es hier zu sein, ich liebe die Atmosphäre. Die Menschen hier sind fantastisch und unterstützen das Team. Nach den Einzelmatches steht es zwar unentschieden, doch wegen eines Formfehlers in der Aufstellung können die Doppelmatches nicht stattfinden und der TC 1899 Blau-Weiß erhält für alle drei Doppel eine Strafwertung. Durch die Niederlage rückt das Team von Alexander Derst damit auf den dritten Tabellenplatz. Entmutigen lassen wollen sie sich aber nicht. Wir machen da kein großes Theater draus, sondern wir nehmen es einfach so hin, wie es ist und resumieren einfach eine überragende Saison, in der wir jetzt, wie gesagt, am letzten Spieltag schon die Klasse gehalten haben. Wir haben heute den Zuschauern ein Riesenspektakel geboten. Der TC 1899 Blau-Weiß hat an diesem Spieltag ohne Zweifel starke Leistungen erbracht und Stärke bewiesen. Doch die Saison ist noch lange nicht zu Ende und der Verein will bei den nächsten Spieltagen gegen den TC Bredeney und den DTV Hannover gemeinsam mit Elena Innalbon und Sion Mendes wieder voll auf Angriff gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017